Musik Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute an der Universität für Bundeskultur sein darf, weil ich ja selbst auch Absolvent dieser wunderbaren Universität bin und es ist auch dann mit Emotionen verbunden. Ich danke auch vor allem den Studierenden, dass sie in Eigeninitiative etwas so ergriffen haben. Zu Beginn möchte ich Ihnen aber gratulieren zu diesem Thema. Und warum gratuliere ich zu diesem Thema? Weil sich dieses Thema mit der Zukunft beschäftigt. Und die Zukunft ist dort, wo gerade Sie als junge Menschen den Rest Ihres Lebens verbringen werden. Und Sie haben jetzt noch die Chance, das zu steuern, was für Ihnen ist. Und machen Sie mit mir ein Rechenbeispiel. Wenn ich so in die Runde schaue, so geht es um ein Durchschnittsalter von 23 Jahren. Was hier am Resten ist. Sie werden, die Jugend wird länger arbeiten müssen als wir. Gehen wir davon aus, 47 Jahre, wir dann 23 Jahre gearbeitet müssen. Das heißt, wir haben dann das Jahr 2060. Und darf ich Sie fragen, wie viele Hektar werden in diesen rund 50 Jahren dann in Österreich verbaut? Wer mir eine Zahl nennt, der kriegt von mir dann ein Buch. Wer traut sich? Eine Zahl. Wie viele Hektar? Wie viele Hektar werden Sie jetzt verbaut? Jetzt werden täglich 22 Hektar verbaut rund 7.000 Hektar im Jahr. Kann man auch fragen, ja? Sorgens eine Zahl. Was ist dann nicht mehr? 300.000 Hektar. Perfekt. Sie kriegen ein Buch dann von mir über die Zukunft als Auftrag. Und da sind auch schöne Beispiele drinnen zum Thema Bodenverbrauch. Tatsache, ja, es sind 400.000 Hektar, wenn diese Anzahl an Fläche weiterhin täglich verbaut wird. Das ist so viel wie die gesamte Ackerfläche Oberösterreichs und Steiermarks zusammen. Nun ein paar Zahlen noch und Fakten, wie das veranschaulichen soll. 22,4 Hektar täglich, das sind in etwa gut 30 Fußballfelder pro Tag. Und wir haben auf unserer Homepage einen Counter mit heutigem Tag. Da wurden in Österreich vom 1. Jänner weg bereits wieder 330 Bauernhöfe versiegelt, verbetoniert und zerstört. Und wenn Sie meinen, dass die Entwicklung rückläufig ist, dann ist das eine falsche Meinung. Hier die Zahl vom Umweltbundesamt. Vor einigen Jahren waren es noch pro Tag rund 15 Hektar. Heute sind es 22,4 Hektar. Die Konsequenzen sind, und Sie wurden ja eingangs schon auch von meinen Vorrednern zum Teil angesprochen, dramatisch. Die Selbstversorgung wird damit deutlich in Österreich auch zurückgehen. Und ein Land mit einer niedrigen Selbstversorgung an Lebensmitteln ist ein sehr verletzbares Land. Wir kennen das gedanklich immer nur von der Energie. Uns ist es nicht bewusst, dass das noch viel schlimm ist im Bereich der Nahrungsmittelprodukte. Es sind letztendlich auch durch das Verschwinden der Flächen in Österreich all along im vor- und nachgelagerten Bereich der Landwirtschaft 500.000 Arbeitsplätze gefährdet. Und es geht auch dabei, wurde schon gesagt, da können wir schneller drüber gehen, um die Thematik CO2-Speichern. Und das ist der Grund, warum ich als Naturkatastrophenversicherer da bin, weil uns dieses Thema natürlich tangiert. Wenn Klimawandel stattfindet, darf ich mich bei Frau Prof. Komp-Kolb auch für ihre vielen, vielen Initiativen hier bedanken, die ja als große Vordenkerin dieser Republik auf dieses Thema sehr frühzeitig aufmerksam gemacht hat. Und ein letztes noch, dieses wunderschöne Land lebte, sage ich, vom Tourismus. Und auch hier ist der Tourismus massiv durch diese Verschandelung dieser Republik gefährdet. Ja, reichen wir 20 Jahre, 2033 werden 160.000 Hektar verbaut. Und das ist so viel wie die gesamte landwirtschaftliche Fläche des Burgenkreises. Und das haben wir schon beantwortet oder ist schon gesagt. Und wenn wir das hochrechnen, die Frage, geht uns das Ackerland aus? Antwort ganz klar, ja. In 166 Jahren gibt es in Österreich kein Agrarland mehr. Das heißt, die Konsequenz können wir uns allen selber aufbauen. Gibt es Beispiele, wo es besser ist? Wir müssen blind sein, wenn wir das nicht sehen. Fahren Sie von Oberösterreich nach Bayern, dort gibt es eine geordnete Raumpolitik. In Österreich werden jährlich 0,5 Prozent der Agrarflächen verbaut. In Deutschland 0,25 Prozent. Österreich ist, was den Vergleich innerhalb der Europäischen Union betrifft, ein Spitzenreiter an Einkaufsflächen. Wir haben pro Kopf in Österreich 1,75 Quadratmeter Verkaufsfläche. In Italien 0,99 Quadratmeter. Es gibt kein zweites Land, das eine höhere Anzahl an Verkaufsflächen hätte, wie wir in Österreich. Ein Ergebnis einer nicht geordneten Raumordnung. Es wurde heute auch schon gesagt, wir brauchen aufgrund der Weltbevölkerungsentwicklung mehr Lebensmittel. Umso wichtiger wäre es, diese Lebensgrundlage zu erhalten. Was wir in den letzten 8000 Jahren erzeugt haben, diese Menge brauchen wir aber eine nur in den nächsten 40 Jahren an Boden zu. Lassen Sie mich diese Entwicklung noch anhand dieser Beispiele aufzeigen. Im Jahr 1960 hatten wir pro Kopf noch 2400 Quadratmeter Ackerfläche verfügbar. Heute 1600 Quadratmeter und im Jahr 2050 1000 Quadratmeter. Wo liegen wir im weltweiten Ranking? Kanada pro Kopf 12600 Quadratmeter. Wir sind auch geschäftlich tätig in Tschechien, in der Slowakei. Dort haben wir 3000 Quadratmeter noch pro Kopf verfügbar in Österreich. Schlusslich 1600 Quadratmeter. Verfügbare Ackerflächen pro Kopf weltweit 2500. Derzeit aufgrund des Flächenverbrauchs und der Weltbevölkerungsentwicklung im Jahr 2030 nur mehr 2000 Quadratmeter. Ich, Sie, jeder Mitteleuropäer braucht pro Kopf für die Güter, die er konsumiert, im Schnitt 3000 Quadratmeter Ackerfläche. Wir haben in Österreich aber nur mehr selber 1600 Quadratmeter verfügbar. Das heißt, wir importieren jetzt schon ein Flächenequivalent von 1400 Quadratmeter. Warum? Wir sind nicht autark im Bereich der Futtermittel. Wir importieren in etwa 500.000 Tonnen Sojabohnen, Fläche von 250.000 bis 300.000 Hektar aus Brasilien, aus Argentinien. Wir importieren Kaffee, Tee, Zitrusfrüchte, Gemüse, Kotten, wurde früher in Europa auch Hanf, Flachs erzeugt. Das entspricht also einem Flächenimport von 48%. Also 48% haben wir bereits Importbedarf an Güter. Große Konzerne heute erkennen das und kaufen und sichern sich diese Lebensgrundlage in Afrika und in anderen Teilen der Welt, was extrem kritisch ist aufgrund der damit einhergehenden sozialen Konflikte. Das ist die Ist-Analyse, was wir an die Lösungsansätze haben. Die Raumordnung in Österreich, so wie sie derzeit konzipiert ist, ist eine, die dieses Problem in dieser nun vorliegenden Form nicht lösen wird können. Raumordnung gehört in höhere Räume, angesiedelt in Entscheidungskompetenz. Zeigt uns Deutschland auf. Wir brauchen eine Forcierung der mehrstädtigen Bauten. Raumordnung muss in die Tiefe gehen und in die Höhe und nicht in die Fläche. Beispiel die Einkaufszentren. Wir brauchen eine Revitalisierung von Ortskernen, von Industriehallen, die brachliegen. Eine Änderung in der Kommunalsteuer. Die Gemeinden müssen sich heute mit der Kommunalsteuer finanzieren. Jeder Bürgermeister ist interessiert, dann irgendwo einen Betrieb zu haben. Und was wir brauchen, und das ist das Tolle an dieser Veranstaltung, eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit, um bewusst zu machen, welches Problem wir hier haben. Das tun wir als österreichische Hagelversicherung sehr gezielt und haben im März 2014 auch in einem entsprechenden Kommunikationsschwerpunkt hier vor. Durchpresse aus seinen Durchpressekonferenzen, wo wir diese Entwicklung aufzeigen mit verschiedenen Entscheidungsträgern. Wir hatten mit der Kronenzeitung einen Inseratenkampagnen mit Meinungsbildnern hier ein Beispiel. Probst Führensinn vom Stift Herr Zogenburg, der hier als Mahler der Gesellschaft hier aufgetreten ist, nicht die Zukunft verbaut. Wir hatten so zehn Serien in diesem Zusammenhang. Wir haben eine Umfrage gemacht mit dem Market-Institut und 61% sagen, dass sich das Landschaftsbild durch die Verbauung in Österreich massiv verschlechtert hat. Und 60% der Befragten sind für eine Beschränkung des Bodenverbrauchs. Kürzlich eine Veranstaltung gehabt mit Daryl Gleiter vom ORF, der ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben hat zum Thema Verschanderung dieser Republik. Es war eine Veranstaltung in Oberösterreich. Ja, und verschiedene Fernsehbeiträge, die wir Ihnen ziehen, ich bringe den jetzt nicht. Frau Professor Kronkoll, mir wurde gesagt, er wäre zu lange, da waren Sie dort und dann kam dieser Bereich, dieser Bericht zum Thema Bodenverbrauch. Heute war auch der ORF bei uns im Haus, weil am 5. Dezember ist der Tag des Bohnens und auch dazu wird ein Beitrag gebracht. Ich denke, die Antwort muss sein, Stopp, den Bodenverbrauch und Uswild hat das sehr klar auf den Punkt gebracht. Eine Nation, die ihre Böden zerstört und was tun wir, zerstört sich selbst. Es liegt in Ihrer Hand und in unserer Hand. Dankeschön. Vielen Dank.